Hallo ihr Lieben, wir machen Albondigas, spanische saftige Fleischbällchen. Dazu pürieren wir 20 Gramm Pinienkerne und zwei Knoblauchzehen. Dann nehmen wir 500 Gramm gemischtes Hackfleisch und geben Knoblauch und Pinienkerne hinzu. Dann noch ein Ei, drei Esslöffel Paniermehl, zwei Esslöffel Petersilie, einen Teelöffel Pfeffer und einen Teelöffel Salz. Dann das Hackfleisch mit den Gewürzen gut vermengen. Dann aus der Masse 40 kleine Bällchen formen. Zwei Esslöffel Olivenöl erhitzen und darin die Bällchen anbraten. Dann die Fleischbällchen herausnehmen. Und eine große Zwiebel klein gewürfelt darin anbraten. Zwei gepresste Knoblauchzehen mit anbraten. Und zwei Teelöffel Thymian und zwei Lorbeerblätter mit anschwitzen. Dann mit 800 Gramm passierte Tomaten ablöschen. Eine getrocknete Chilischote zerbröseln. Einen Teelöffel Zucker hinzufügen. Einen Teelöffel Pfeffer. Einen Teelöffel Salz. Und einen Teelöffel Fleischbrühe. Die Soße 20 Minuten offen köcheln lassen. Danach die Fleischbällchen wieder hinzufügen. Und die Temperatur herunterstellen. Die Fleischbällchen zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Ich sage danke fürs Zuschauen und schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.